Hallo ihr lieben Farbpiraten, mein Name ist Tim und heute geht es mal nicht ums Color Grading, sondern ums Filmemachen im Allgemeinen. Hat irgendjemand von euch mal erlebt, dass jemand gesagt hat, wow, seht euch diese Details in den Highlights und in den Schatten an, wow, wow, amazing, das ist ja Wahnsinn, diese Detailscharfe, das kann nur 4K RAW sein, wow, diese Glanzlichter, seht nur diese Glanzlichter. Das muss HDR sein, wow, diese Megapixel, diese wahnsinnig gute Auflösung, das ist ja der Wahnsinn, was für ein großartiger Film. Jemals, ganz ehrlich, niemals habe ich jemanden so etwas oder ähnliches sagen hören. Ich bin in den 70ern und 80ern aufgewachsen, in einer Zeit, als filmische Meisterwerke fast am Fließband entstanden. Nicht wie heute, wo Filmgeschichte geschrieben wurde, wo es noch keine CGI gab, wo es nicht einmal digitale Kameras gab. Alles, was die Filmemacher damals hatten, waren analoge Filmkameras, preiswerte wie teure, je nach Budget. Man konnte auch nicht einfach auf einen 5 oder 7 Zoll Monitor auf oder neben der Kamera gucken, um das Bild zu kontrollieren. Man musste durch einen Sucher schauen und man konnte nicht in der Post dies und das noch nachträglich ändern. Nein, was man heute in Kamera nennt, war damals ganz einfach Alltag und selbstverständlich. Es gab auch nicht nur das eine LED-Light oder die eine Tanzenleuchte oder die tolle LED-Tube, die aber leider nur in Daylight erschwinglich ist oder das große, schicke Full-Color-Panel, welches man kaufen konnte. Nein, all das hatten die Leute beim Filmen nicht zur Verfügung. Was sie hatten, waren meist im Vergleich zu heute viel, viel schlechtere technische Ausrüstung. Hätte man ihnen die Technik, die wir heute zur Verfügung haben, in die Hand gedrückt, die wären vor Freude damals ausgeflippt und vor lauter Glück dreimal ums Stativ gerannt. Glaube ich zumindest. Sie hatten auch keine Grading-Suiten, sie hatten nur die Printer-Highlights zur Steuerung eines Looks oder der Farben. Look, sowas gab es damals noch gar nicht, nicht in dem Sinne, wie wir es heute verstehen und nutzen. Und heute? Heute rennen Leute dem Film-Look, dem cinematischen Look hinterher und versuchen diesen in der digitalen Welt nachzuempfinden, weil sie denken, dass dadurch die Filme besser werden. Aber sie werden dadurch nicht besser oder großartiger, höchstens technisch ausgereifter. Und es gibt heute sehr viele Menschen, die glauben, dass ihre Filme nur gut werden, wenn sie in RAW, 8K, High Dynamic Range und mit dem besten Log-Profil arbeiten und dann noch die Möglichkeit, nachträglich etwas zu fixen. Aber das macht keinen Film der Welt zu einem besseren Film oder gar zu einem Meisterwerk. Damals hatte man aber etwas, was bei vielen heute in Vergessenheit geraten ist, was ihr aber auch alle immer noch zur Verfügung habt. Nämlich Shutter Angel, ISO und Licht. Ja, sie hatten keine Windows in DaVinci Resolve, Baselight oder New Coder. Sie hatten nur eine Chance, das Image richtig einzufangen. One Shot. Was im Kasten war, war entweder zu gebrauchen oder es wanderte ab in den Müll. Und genau deshalb haben sie was gemacht. Richtig, sie nutzten das, was sie hatten. ISO, Shutter Angel und ordentliche Beleuchtung. Das war's. Sie mussten also sich auf das Image konzentrieren, bevor die Kamera überhaupt eingeschaltet wurde. Ich sehe oft Leute, die sind noch nicht einmal richtig an der Location angekommen. Da drücken sie schon auf den Record Button. Ich sehe Leute, die den Shutter Speed so weit hoch kranken, dass sie keinen ND-Filter mehr brauchen. Aber dafür auch keine Bewegungsunschärfe mehr haben. Denn die kann man ja nachträglich in der Post reinziehen. Haben Maler bessere Bilder gemalt, wenn sie teurere Pinsel benutzten? Hat Leonardo da Vinci bessere Bilder gemalt, weil er Farbe benutzt hat? Und wenn er Farbe nahm, hat er dann auf teure Pinsel geachtet? Wie viele seiner Meisterwerke sind nur mit einem Stück Holzkohle entstanden? Oder ein ganz einfacher Handwerker? Habt ihr jemals einen Handwerker sagen hören? Wow, also dieser Hammer! Der hier, der schlägt die Nägel viel, viel tiefer in die Wand. Natürlich gibt es technische Qualitätsunterschiede bei den Tools. Aber am Ende ist bei beiden der Nagel in der Wand. Oder der Film im Kasten. Was ist mit diesen Filmen hier? Wurde eines dieser Werke hier in RAW aufgenommen? Oder mit einer RED? Wurde das hier in C-Log, Arilog oder S-Log aufgenommen? Oder wurde einer dieser Filme in 4K gedreht? Wurde hier in der Post etwas gefixt? Oder wurde Duel ISO genutzt? Oder was ist mit diesem Film hier? Muss ein ziemlich schlechter Film sein, wenn er nicht in 4K und RAW aufgenommen wurde. Oder? Wenn aber all das Dinge sind, die einen Film gut oder gar großartig machen, warum sind das dann trotzdem großartige Meisterwerke? Und warum versuchen so viele Menschen heute diese Looks zu erzeugen oder zu replizieren? Oder nehmen wir mal Filme aus der neueren und digitalen Zeit. Was ist damit? Diese Filme haben final einen Dynamikumfang von nicht einmal 8 Stops und sind nicht in HDR. Oh, das müssen furchtbare Filme sein. Oder? Selbst wenn heute Kameras technisch gesehen viel, viel mehr Qualität bieten, schlussendlich wird das finale Image immer noch in SDR ausgeliefert. Und die meisten Leute auf YouTube reden von Cinematic und filmischem Look, reden von den Specs der neuesten Kameras mit 15 oder noch mehr Stops. Aber gute oder großartige oder wie man heute sagt epische Filme machen hat nichts mit Megapixel oder High Dynamic Range zu tun. Seht ihr das? Das sind ein paar meiner analogen Kameras. Und wenn ich mit diesen tollen Geräten Bilder gemacht habe, hatte ich nur einen Schuss. Ich konnte hinterher nichts verbessern, nur die Belichtung. Bei der Entwicklung noch etwas steuern, ein wenig abwätheln oder etwas länger im Fixierbad lassen. Was ich aber machen musste, ich musste mich, wenn ich wirklich gute Ergebnisse erzielen wollte, vorher mit dem Bild beschäftigen. Mit Licht, mit Shatterspeed, mit dem Bildaufbau. Wo sind Schatten? Wo möchte ich Licht? Wie groß sind die Unterschiede in Blenden? ISO einstellen war nicht. Ich musste den Film zuvor nach ISO auswählen. Das war bei den großen Produktionen nichts anderes. Und so habe ich gelernt, gelernt ein Bild vernünftig auszuleuchten, ordentlich zu belichten. Und ich wurde im Laufe der Zeit immer besser. Und hatte später auch Ausstellungen. Aber nicht, weil ich High Dynamic Range hatte oder RAW, sondern weil ich ein Handwerk erlernt hatte. Ich hatte keine teuren Lights, nur einfache Tricks, Kniffe und Wissen. Es gibt so viele Tricks und Kniffe, die die Leute heute überhaupt nicht mehr kennen. Die ihnen aber viel, viel mehr helfen könnten, wirklich tolle Ergebnisse zu erzielen. Oder die gleichzeitig auch noch nicht einmal viel kosten. Leute, mit denen ich manchmal zusammengearbeitet habe oder etwas zusammen mache, sind oft überrascht, wie viel Zeit ich in die Vorbereitung stecke und wie viel Zeit ich mir für das Licht nehme oder für die Bildkomposition. Ich stehe ja leider viel zu selten hinter der Kammer heutzutage, aber das wird sich hoffentlich bald wieder etwas ändern. Das Problem heutzutage ist, dass viel zu viele Leute über die Tools reden und deren Specs. Über 16-Bit RAW, LOG, Full Frame, High Dynamic Range und dabei völlig vergessen, was einen guten Film wirklich ausmacht. 8K? 12K? Wozu? Damit man hinterher in der Visual Effects Abteilung besser arbeiten oder in der Post noch schön reinzoomen kann. Ernsthaft? Heute unterscheiden sich die Menschen in Nerds und wirkliche Filmemacher. Es ist fast immer unwichtig, ob dieser oder jener Top-Handle für eine Kamera besser oder schlechter ist oder ob mein Rick von diesem oder jedem Hersteller ist, ist nicht wichtig. Hauptsache es erfüllt seinen Zweck. Wie viele Filme habe ich schon gesehen, die mit teurer CGI gemacht wurden, mit 4K in RAW und der neuesten Technik und trotzdem gähnend langweilig sind. Ich erinnere mich an diese Filme schon nicht einmal mehr. Die Filme, an die ich mich erinnere und die ich mir sogar ein zweites oder drittes Mal anschaue, sind Filme, bei denen RAW oder High Dynamic Range keine große Rolle gespielt haben. Mein Punkt ist, rennt nicht ständig der neuesten und besten Technik hinterher. Sie macht für euch keine besseren Bilder. Sich aber mit ordentlicher Beleuchtung, Bildkomposition und Storytelling zu beschäftigen, bringt einen viel, viel weiter. Egal ob man Hochzeitsvideos, Reisevideos, Musikvideos oder Outdoor-Filme macht, oft reichen einfache technische Mittel völlig aus. Rennt nicht jedem Hype der Hersteller hinterher. Fallt nicht auf jeden Marketing-Gag rein. Spart das Geld. Investiert es lieber zum Beispiel, indem ihr damit Schauspieler bezahlt oder eine kleine Crew oder holt euch jemanden, der euch beim Licht hilft, von dem ihr lernen könnt. Denn nur dann wird man bessere Ergebnisse erzielen und dann wird man sich auch von anderen absetzen können. Und nicht nur, weil man eine teurere Kamera hat. Natürlich ist Technik wichtig und natürlich hat man dann auch mehr Möglichkeiten. Aber bessere Filme oder Bilder? Wohl kaum. Egal was für Filme man macht, man muss den Zuschauer berühren. Hier drinnen. Im Herzen. Film ist in erster Linie Emotion. Film ist dem Publikum das Herz herausreißen. Man braucht keine großen Studios, teure Kameras oder große, teure Leuchten, um eine gute Story zu erzählen. Überlegt euch, was euch zum Lachen bringt, zum Weinen, zum Nachdenken oder zum Erstarren bringt. Leute sollten lieber da hinein investieren. High Dynamic Range oder Auflösung ist nichts wert, wenn man sie nicht richtig einsetzt und nutzt. Und das beginnt immer vor der Kamera. Nutzt die Tools, die ihr schon besitzt. Beschäftigt euch weniger mit Megapixel und Logprofilen. Ihr wollt doch großartige Bilder machen. Dann macht sie. Scheitert. Und steht wieder auf. Lernt, worauf es wirklich ankommt. Filme machen ist ein Handwerk und hat wenig mit dem Drücken irgendwelcher Knöpfe auf einem Computer zu tun. Selbst wenn man nur eine Kamera mit HD und 8 Bit hat, kann man viel bessere Filme machen, als jemand, der nicht weiß, worauf es ankommt, aber eine Red Interhand hält. Menschen verwenden so viel Zeit damit, sich mit technischen Specks zu beschäftigen, wissen aber oft nicht einmal, wie man eine ordentliche Image-Pipeline aufbaut oder wie man zum Beispiel einen sonnigen Mittagshimmel vernünftig abdunkelt und ausleuchtet, ohne gleich wieder teures Handbouncer und Diffuser für etliche tausend Euro verwenden zu wollen. Und genau darauf kommt es aber beim Filmemachen an. Man muss aufhören, die Schuld für das Scheitern bei einer billigeren Kamera oder der billigeren Technik zu suchen. Technik ist großartig und sie kann helfen, das Leben einfacher zu machen. Aber sie ersetzt nicht eine emotionale Story, ein gutes Compositing, eine gut arrangierte Ausleuchtung. Egal wie teuer die verwendete Technik ist, sie wird für euch kein Meisterwerk erstellen. Sobald man anfängt, diesen Irrglauben zu erliegen, ist man verloren. Und vielleicht fange ich deshalb wirklich bald an, genau dazu Videos zu machen und zu helfen, mit Tricks und kleineren Tools Ergebnisse zu erzielen, die wenig kosten und dennoch helfen, einen wirklich guten Film zu machen. Was denkt ihr? Schreibt mir doch eure Meinung gern in die Kommentare. Also sind wir wieder am Ende schon, ihr lieben Videoschnipster. Bleibt bei allem, was ihr tut, natürlich immer schön bunt und natürlich gesund. Und macht's besser.